Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wir gehen mal zu Dutch. Achso, da ist sich die Gefährder also. Kann ich mein Pferd schlagen? Geht das? Nee, genau nicht. Wow. Heya, 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 heya. Achso. Achso. Du bist sicher, dass du okay bist? Wie ich gesagt habe, ich bin gut. Followe meine Leidung. Both diese Redneck-Familie denken, dass sie uns verletzen können? Ich glaube nicht. Da sind sie. Wer baut einen verdammten Mann? Ich werde sie fliegen an diese Sons of Bitches. Don, ich brauche dich zu bleiben. Geh hier jetzt, du inbreden Mann! Was in die Hölle willst du? Schnell, John. Wir sind für den Mann. Du musst wissen, dass wir würden. Du solltest nicht mit unserem Geschäftsleidiger haben. Wie solltet ihr? Quali eine Verlust du mit uns mit uns, verabschiedet, oder andersrum, das ist ein junger Mann. Das ist nicht die Art, dass du Dinge machst. Hand ihn auf! Geh die Hölle aus unserer Land! Ja, das ist schlecht. Du fängst direkt nen Kopfschuss. Verdammter Hund! Und du da oben auch! Was? Was? What the fuck? Alter Schwede, was ist denn heute los? Äh... Scheiße! Ich.. 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 Über diese Schläfer ist Ruf! Das ist hier! Du hast alles zu spät die Flachstelle. Ich... Ich.. ach das. Das war die Flachstelle. es liegt am Ende an und ich... ich binab momentan. Dann wird es nicht abgelaufen. Ich.. Bist du mich ab? Martha, John, Hosea mit mir! Die resten von euch, schau mal hier für irgendwelche Arrivungen! Geh in da! Find Jack! Und find... ... eine Preiswaffe, Frau! Jack, bist du hier? Jack! Jack, kannst du mich hören? Jack? Oh, shit! Keine Bewegung, amigo. Ich will dich nicht töten. Du bist nur verhaftet. Arthur, geh mal! Du bist nur verhaftet. Arthur, geh mal! Du bist nur verhaftet! Das ist ein Kilo in der Hosebücher! Hey, Femmen! Wir haben dich gegen dich! Arthur, wir brauchen dich hier jetzt! John, hier aus! Sieh, du Trottel! Ich habe hier! ... ... ... ... ... ... Oh shit, John, Marsch, we'll hold him down here. We got more coming in. Marsch, get out there, we got this door covered. There's a rifle up there, everyone. I'm here, Marsch. Help me. You Dreck-Sack. Boah, in die Halsschlagader reingeballert. You don't know. Look out! We're coming from the right! Bastards, got me! Ah! You guys can't summon up there! Copy! Keine Zeugen, amigo. Kannst du einen anderen Weg finden? Ich habe dir gesagt, es gibt keinen Weg zu kommen. Sie haben es blockiert. Es ist blockiert, aber ich denke, es könnte es sein. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Du verdammte Ratte. Wenn es sein muss, ich fessel dich. 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 1. 2, 3. 2, 1, 2, 1. 2, 1 ... Ich habe dich niemals lieb. Warum hast du den Mann, Frau Braithwaite? Du hast meine Brücke. Die Mann sind auf die Grenze. Du hast meine Brücke. Es gibt keine Regeln in der Kriege, Herr. Mathews. Ja, ja, das ist es. Wo ist der Mann? Meine Eltern haben ihn Angelo Bronte gegeben. Also meine Frau ist Saint-Denis. Either da oder auf meinem Boot in Italien. Los geht's! Arthur, komm mal! Was machen wir mit ihr? Lass sie. Ich hab dir gesagt, sie war verrückt. Statt weiß, John. Die ist mal verkohlt. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Aber ich bin nie mehr stolz davon, als ich gerade bin, Bruder. Du machst das richtige Ding. Wenn ich nicht den Mann zurückkriege, ähm... sie... sie wird uns alle töten. Ich weiß. Aber... Wenn man das logisch gesehen hat, dieser Mann ist gut. Sie haben ihn geholfen uns. Niemand nimmt einen Mann für ihn. Er ist gut, John. Was denkst du, Arthur? Der Mann wird gut. Aber... Natürlich Marston hat Marston geholfen. Wir haben alle diese Leute geholfen. Wir haben alle diese Probleme gemacht. Für nichts. Nein. Nein. Nicht für nichts. Für leben. Wir haben diesen Mann zurück. Wir gehen. Wir glauben. Hey, Dutch. Wir haben ein Problem. Nicht ein Problem. Besucher. Eine Lösung. Guten Tag, gute Leute. Herr Van der Linde. Herr Matthews, ich glaube. Und wer bist du? Ripp Van Winkle. Huh. Guten Tag, Sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Herr Morgan. Schön, dass Sie wiedersehen. Und zu was wir das Glück, Agent Moron? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber das ist ein Land civilisiertes. Wir haben nicht alle diese Mannschaften, nur um die Leute zu tun, um die Leute zu tun, wie die Dignität der Menschheit. Und die Dägenheit der Basis wurde verletzt, oder noch nicht inventiert. Das Ding? Es ist fertig. Das Ort... Es ist kein Ding. Es ist ein man. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Die Gelegenheit, die dich zu nehmen, was du möchtest, zu töten, die du möchtest, und den Rest von uns? Wer hat dich den Messias von diesen Gelegenheit gehalten, die du so schuld hast? Ich bin nichts, aber ein Seeker, Herr Milton. Du bist nicht mehr als ein Körner, Herr Van der Linde. Aber ich bin für einen Verkauf. Es ist Zeit. Du kommst mit mir, und ich gebe dir die restlichen drei Tage, um zu gehen, zu verabschiedern, und gehen und leben wie ein Mensch, irgendwo anders zu gehen. Du kommst für mich? Riescht Leben und Leben in diesem den von lowlifern und murderern, so dass sie leben können und lieben können? Das ist nicht gut. Ich will nicht alle diese Leute, Dutch, nur du. In diesem Fall, es wird mir meine Honour sein, dich zu sein. Entschuldigung, Freunde, ich habe eine Verabschiedung mit... Ich denke, dein neues Freund sollte jetzt weg, Dutch. Du machst einen großen Fehler, alle von dir. Ja, schrecklich. Wir haben etwas, 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 was zu leben und sterben. Wie schrecklich für uns. Mr. Milton, stop following uns. Wir werden bald wieder weg. Ich bin Angst, dass ich nicht. Und wenn ich zurückgehe, werde ich mit 50 Menschen. Alle von euch sterben. Geh weg von diesem Ort, du dummer! Geh! Komm schon. Geh deine Hände aus mir, Mann. Geh weg von diesem Ort, du dummer! Ich weiß, dass sie uns in der Zeit finden finden können. Aber wir müssen uns ein paar Tage kaufen. Ein paar Tage? Das ist alles, was wir brauchen. Es ist ein Spot von Shady Bellen. Lenny und ich in das Gespräch mit den vorherigen Geheimdiensten. Pläts sind gut geblieben. Oh! Oh! Es wird alles gut, John. Du solltest du gehen für Jack. Wir werden. Wir müssen alle zuerst verhören, bevor der Melton zurückkommt mit einem Armut. Wir haben keinen Fall mit Jack in der Kirche, oder am Ende einer Rope. Ich weiß nicht mehr was, was ich noch mehr zu denken. Wir müssen nur unsere Kühne halten. Du bist so smart? Du bist so smart? Du bist so schockiert? Oh, auf St. Denise freu ich mich. Muss ich ehrlich gestehen. Ihr werdet aber, glaube ich, noch früh genug erfahren, warum. Also das, die Städte, die ihr jetzt gesehen habt, die waren schon groß. Aber wartet mal ab, wenn ihr St. Denise seht. Alter Falter. Das ist eine Ölmaschine da. Das war's. Jack ist weg. Wir haben Sean, Mac, Davy, Jenny. Und für was? Wir können nicht verändern was. Wir können nur weitergehen. Aber einen Tag, wir müssen uns lernen, von unseren Fehler. Ich muss leider mal was langsam machen. Wir müssen uns gehen. Wir können nicht alles auf die Dutz. Du hast gearbeitet. Und rechtlich so. Aber nicht zu weit weg in deinem Kopf mit all das. Du wirst niemals raus. Okay? All right. We should be just down this path to the left here. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life, he didn't. I don't know, I think this life chose us. You, me, Dutch, Hosea. It's been a long time now. That's it up ahead. Four walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. Sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? I ain't showing nothing. All right. Let's leave the horses here and take a look. Oh, shit! It's them again! Boys! Get ready! Oh, money! Damn it! Still some here. I can see that. Die! Die! Get it! Get it! No! No! Any more of you upstairs, I'm coming for you! You hear me? Damn it! Come in! I dare you! Sorry, boys! This is ours now! Come out where I can shoot you! Coming finally there! I knew you'd come... Soon enough. You are some of the coward. Like you. The bounty hunters. The freedmen. The carpetbaggers. The army of criminals who... Stole our land and our government. Dregsack. That's how you want to do it? What a fee has left,ạt city. Don't run away! What the fuck are you? That was? You look of garbage�에. Who the fuck is that? Something that saves better than you? That's how you cannot take it! Youㄴ, you are prone to playboy. What a waste! Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.